Langweilen, Abfahren, Kirmen und Neidmachen. Das sind alles nicht lustige Sachen. Kameradschaft pflegen, zusammen sein und eins trinken. Ist viel schöner als mit dem Fahnen über das Telefon winken. Aber wir Fänder von Wolfen schiessen, die haben uns jetzt so mit dem Fahnen gerissen. Fürs Joderfest wären wir voll in Fahrt. Basel, auch in einem Jahr auf eins warten. Mit so einer Challenge fleissig den Fahnen schwingen. Wir Wolfen schiessen, die es wirklich bringen. Darum schaue ich doch diesen Beitrag an. Wir sollten nur ein paar Follower haben. Auf Facebook kannst du eins jetzt auch finden. Sie sind aber nicht dort, wegen den schönen Gründen. Gleichgesinnte haben sie immer gut mit eins. Es braucht aber auch ein wenig Fleisch. Ihr werdet es nach dem Beitrag sehen. Es packt jeden, der es schaut, sofort mehr. Nun folgen Sie die vierten spektakulären Video der Fahnenschwingergruppe Wolfen schiessen. Die Fahnen 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 Musik 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 UNTERTITELUNG 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.